hallo zusammen grüße euch zum nächsten trailer ja ist ja nicht hier schon erklären genug künstliche intelligenz in singapur ein beitrag von logo dann habe ich von der diana man super leser brief bekommen und komplett verarsche bilder das werden dann die hier wenn es denn dann interessiert sehr gerne bei vk bei bichu die sich den trailer bei windows tv aufrufen klar wie immer gehabt den entsprechenden link kopieren die die browserzeile ab damit und dann hoffentlich bis gleich tschüss